Wenn Berufe und Kindererziehung zu hoher Belastung führen, gibt es Möglichkeiten der Unterstützung durch Dritte. Es gibt viele Möglichkeiten, arbeitende Eltern zu unterstützen. Eine sehr gute Unterstützung ist die durch den Arbeitgeber direkt. Das gibt ihnen als Mitarbeitern eine Wertschätzung für ihre gute Arbeit. Arbeitende Eltern erhalten zudem Respekt vor ihrer Familienverantwortung. Als direkte Unterstützung gibt es in einigen Firmen das Konzept der Tagesbetreuung im Betrieb bereits. Dort können die Eltern ihre Kinder in qualifizierte Hände geben und sich ganz auf die Arbeit konzentrieren. Es gibt weitere Möglichkeiten der personellen Unterstützung. Unter anderem ist die Tagesbetreuung möglich durch eine Kindertageseinrichtung oder eine Tagesmutter. Doch nicht nur Betreuung des Kindes während der Arbeitszeit oder auch danach ist möglich und wichtig. Mögliche Hilfen von außen sind zum Beispiel die Unterstützung durch eine Haushaltshilfe. Einen guten Rat in allen Lebenslagen erhalten sie bei den lokalen Jugendämtern. Wenn ihnen zu Hause unter die Arme gegriffen wird, erleichtert das ihren Alltag. Die Konzentration auf einzelne Tätigkeiten erhöht sich wieder. Das wirkt sich nicht nur auf ihre Familie aus, sondern auch auf ihre Leistung bei der Arbeit. Deshalb ist eine Unterstützung vom Arbeitgeber hier sinnvoll und wichtig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017